Musik Applaus 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 Es ist eine sehr gute Entdeckung. Du hast du zwei sehr jöli buts gewonnen. Ja, wir haben auch noch eine Chance, aber es ist die erste Mal, dass wir zusammen mit Alston gewonnen haben. Aber jetzt sind wir mit Schnieder. Man ist immer wieder ein Veränderung. Das wird keine Exception für mich und Oliver, aber für den ersten Spiel, wir haben es sehr gut gemacht. Und wir werden es weitergehen. Wir haben uns ein bisschen verletzt, wenn Sie die Sprache haben, 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 es war schwierig. Es ist klar, es ist nicht so gut. Wir sind eine sehr gute Team. Wir haben die Zeit, und wir haben ein bisschen Angst, wir haben ein bisschen Angst, aber es ist klar. Es ist immer noch ein ganzes Mal. Es ist sehr schwierig. Wir sind ein ganzes Spiel. Wir sind eine Identität, die Leute, die sich bedenken sind und wir sind immer sehr wichtig. Das ist ein ganzes Spiel. Wir sind nicht die Veränderung. Wir sind in den letzten Jahren, es ist ein ganzes Spiel, der wir sind. Es wird ein sehr guter Tag für uns. Wir sind, dass wir uns uns neveren Jahren für uns vermuten. Wirуютen werden viele sicherer? Der Unterschied ist, es ist gut und intensiv. Er ist eine schöne Enteinung. Ich weiß, es sehr schwierig. Ich glaube, dass sie sie als frightened haben. Der Unterschied ist so, ist es sehr schwierig. Eine kleine Frage. Du hast du ein paar Minuten nach der Ende. Du hast du ein paar Minuten nach der Finan genommen. Ein paar Mal mit dem Arbitre. Ja, ich habe einen kleinen Kuss auf den Neid. Und dann habe ich mich ein bisschen verletzt. Aber ich glaube, ich hatte das. Das hat mir gefällt. Dann ist es gut für ihn. Vielen Dank, Alexander. Bis zum nächsten Mal.